hallo herzlich willkommen hier bei 2019 auf dem marsch besorgung 2.5 neuer versuch ich hatte kurzen abschluss gehabt und zwar vom spiel zusammenhang cosplay und drive aber jedenfalls jetzt wird alles in diesem traktor würde ich jetzt mal umrüsten auf schmarspul auf pflegebereitung weil ich habe mir die bei der neuen version von der karte wahrscheinlich auch die neuen bodentypen installiert das heißt für mich ich muss noch mal messen und dazu muss ich mal ganz kurz schnellen traktor haben um die wichtigsten felder mal ganz schnell zu machen und zwar die hopfen felder als erstes dann die grasfelder und alle anderen felder sind nicht so wichtig ich hatte aber schon krampfhaft mein messgericht gesucht mit traktor gut ich muss mal feststellen ich habe es hier eingestellt und den traktor habe ich aber anderweitig verwendet ich habe mir alle felder manchmal gedüngt und wollte jetzt mit kalt schäme gehen und hat sich aber wissen doch verändern weil wenn ich jetzt habe ich gemacht hätte wäre es bis später auch nicht zu bekommen und das ist dann im grunde dann verschenkte zeit ich muss dann irgendwie so oder so machen der aktuelle version und von verbesserung fehler fix ist meistens danach kommt nebenbei und voraussetzung für die position ketchup und so ist für mich zwar nicht so aktuell nicht so relevant aber man will doch auch laufend stand sein also wünsche wir haben jetzt am samstag immer schönes wochenende und klar dass das gilt für mich auch für euch nur weihnachten und einen guten rutsch ja aber das ist noch ein bisschen wie gesagt heute montag oder vorgibt und ich hoffe dass ihr da schon bald frei habe ich darf nur arbeiten drei tage ja gut kann man mal die ausschaffen dann hoffe ich natürlich dass wir jetzt also ich jetzt nicht und weihnachten arbeiten darf oder muss noch hat keiner gesagt ich werde dann hinterher rennen jedenfalls jetzt hat mir nicht so aus wenn ich glück habe habe ich frei nur einer sagte muss arbeiten dann denke ich aber ansonsten werde ich da nicht fragen ich habe mir hier den radius ein bisschen begrösser noch ein bisschen mehr genommen dass das zügig geht bei kurz aufsteigen bei info stickstoff perfekt ph wert schlecht sagt er aktuell gut trotzdem muss ich danach prüfen f1 die zu erkennen und die neun die kleine karte müssen wir eigentlich anzeigen aber nichts ausklappen klar jetzt ist das ja guck mal hier die ganze ich habe 200 meter genommen ich muss mal ehrlich sagen ich habe ja hier sehr großzügig vergrößert das war ein bisschen viel aber das sollte auch schnell gehen jedenfalls wollte ich sagen ich ja auch alles schön drauf gebracht und dann aktualisier auch die dings hier den mod siehstens aktualisiert und habe dann gleich auch ein mod der verbesserung ein pet schon man gleich gleich gemacht war mir klar warum eine veränderung so frau senken wo wir nehmen immer schauen ob diese karte so bleibt so da schicken wir gleich ein danach entscheidet sich ganz gut ob ich da jetzt was machen muss die änderung da sind nö die bleibt so ändert sich nichts nun weiß ich aber nicht genau ob das absichtlich ist also ob das jetzt ich habe die karte komplett getauscht und daher haben wir noch eine probe da müsste ich noch kalten kalt auf jeden fall also kalksteuer habe ich so viele damit können wir das steuer nehmen so geht an der ruf vorbei so da ungefähr müssen wir schauen und gleich mal abschicken dass hier verbleibt der karte so b die z-ball die mann er blinkt und z gucken wir das bringt ob dieser bereich auch wieder so mit dem und dem boden ja gut das bleibt so okay das ist ja grund egal mal gut ich weiß nicht genau muss mal gucken bei eben ob er also 89 mache ich weiß ob die böden beim nächsten mal halten okay dann brauchen wir nicht weiter messen dann schickt man jetzt hoch zurück ja gut durchhalten durchschalten ist schwierig ein tag hat unterstehen so mal gucken globalen markt noch üben da haben die können ja weiterhin gefahren werden zum zurück 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 nicht verkaufen heu schade lage weizen haben wir keine mehr oder ich muss hier ist dünger drin weizen gras milch und ich habe noch ein bisschen zucker rüben gut dann kann er den restlichen zucker rüben hinfahren bei der marsch hat er noch keine zucker rüben warum will ich jetzt nicht gut dass wir eine runde fahren wohl ja nicht anlegen ja jünger brauche ich für thüringen mal gucken was wir alles da haben ob wir alles die beiden fahrzeuge muss gleich weg holen die drei bis gäreste grüner wird knapp für thüringen falls stau auf der linie stau 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 herr gras ist noch mal auf feldmuro 54 oder 50 50 völlig gedüngt da können wir gleich da rein stellen normalerweise sind wir hier so viel wasser in der zeit ja und dann habe ich eine andere bohnen vielleicht später nach der ernte gelöscht wird es kann sein also das ist nun gucken mal ob das sandböen auf feld 1 so auffallend ist immer sehen also man so tragisch war etwas schnell mit personalfarming er zu installieren war ja auch mal gierig dadurch habe ich noch andere bohnen zu füllen das ist ein problem das kann ja auch ein ding zu speichern sein im mod von personalfarming das kann sein ok dann wird der dünger fahren denn hier ist aktuell bin der status ganz schlecht und zwar um aller weise werde ich ja ganz gerne mit gärer sondern gefahren aber das soll aber schnell gehen deswegen machen wir die düngereien mit mit der maschine mit der steuer und gleich mal einstellen das macht jetzt automatisch soweit so gut lassen wir arbeiten da waren wir ja kurz generierung das ist ja unser saunblut vielleicht mal zugekauft und der muss auch arbeiten denn hier alles rot schlecht da wo geld ist anscheinend gut ansonsten ne die sannenblumen brauche er zwei zwei Kugeln cool so die nächsten Fahrzeuge wahnsinn äh Traktor wegräumen der kann keine pflegebereifung wasser hat jetzt überall voll also auch Zuckerrüben ist überall voll Bäckerei die Bäckerei haben wir nicht äh Trauerei und Malzerbrücke die haben alle mit Wasser delegiert mal hin der zackt wir haben keine pflegebereifung nein das sind die beteiligen die können keine der auch der auch nicht logisch großer Traktor das ist unsere pappe das ist ein Traktor den fahren wir der könnte wir fahren den mal zum Hof so das können wir verwenden dafür ne Kalkenscheie kann man ja für not nutzen besten tut man nicht also wenn man die Ernte abwarten so einmal hier können wir unsere Felder gleich mal ein bisschen abstecken nicht über ne so ob das frei ist und z dann haben wir gleich unser Problem diese Bereiche wo nicht gemacht wurden also löst ja gut so 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 große haben wir kleiden für Kalk habe ich eigentlich da wird man gleich mal zum Baumarkt zum Baumarkt fangen zum Händler fahren und wir holen uns mal gleich bei der Steuer Kalk für Kalk ja nicht muss ja sowieso gemacht werden das kommt ja sowieso also hier hopfen zuerst Gras ist dann geht immer noch so Gerät hier rein so jetzt muss ich einsteigen ich wollte gerade sagen habe ich erträglich ne aber maus machen wir links mal gleich wieder weg äh zu 1 wir fahren zum Händler Zelle ist fertig okay das ist wie wir auf Hopfenfeld oh mein Gott gut ja halt sind alle voll Dünger das ist das Problem äh ja legt ihn ein okay dann holen wir uns einen Düngersteuer mit äh das ist für Kalk da muss ich ja mit Pflegebreitern nehmen äh normalerweise anfangs äh brauchen wir ja keine Pflegebreitung aber sind ja da ein bisschen die müssen wir immer Geld leihen ne wir haben ja nichts mehr ne die Umstände entsprechend da brauchen wir mal Geld das kriegen wir locker wieder hin wir müssen nur was verkaufen ne wir haben ja im Prinzip äh ich habe genug äh Waren im Lager das muss nicht verkauft werden das ist aber jetzt äh aktuell zeitlich nicht machbar weil äh bedüngen ist wichtig also düngen und kalken so Düngetechnik brauchen wir das sind die 3000 ja konfigurieren äh aufbau gut streutelle pflegebereifung die farbe nämlich mal äh weiß weil äh bekalk ich finde hier immer eine weiße farbe davon müsste ich mindestens ja zwei kaufen erst mal nicht übertreiben so wo ist er genau neben mir ne so machen wir ein bisschen in Ansicht so aber ich steige nicht aus die Funktion habe ich nicht drauf so in Ansicht so wir fahren mal ganz kurz und holen uns noch kalt leider geht auch gut leider müssen wir das jetzt mal so machen habe ich noch überladewagen muss ich mir gleich besorgen oder beziehungsweise gleich äh die besorgen nicht voll mit kalt noch auch aber die brauchen wir garantiert dann muss ich dauer herfahren dauerne eine Weile so halb vielleicht Platz können wir zum zweiten nehmen und entsprechend wegstellen also den Anhänger und den Taktor nehmen pflegebreit und umrüsten damit wir das gleiche mit den pflegebreit also gegen kalt auch noch fahren können so stellen wir da rein und dann gleich mal Richtung der Stadt und umrüsten Temperatur ja gut muss ich auch rein machen unsere Felder müssen wir pflegebreit machen ne hartgewicht breit reifen pflegebreit da war es gewesen ok kontrollieren ich wollte noch reparieren junge aber nicht verkaufen so ja kalt ist ganz schön dauert eine weile kalt der kann noch nicht klare immer noch nicht bei gelegenheit nicht ja die gärer ist ein bisschen füller geworden also von der Masse her ist praktisch ich will es auch nutzen auch kosten zu fahren weil sticktop Dünger brauchen sehr viel und da kann man mit der Reste anfang ganz gut nutzen zwar für die Felder die wir aktuell noch nicht bestellt haben wo ja eigentlich Raps drauf soll ne Feld 1 3 15 würde ich mal ganz pauschal jetzt mal sagen da würde ich mal sofort probieren können ja da haben wir so eine Spritze da so eine Beteile muss ich schauen der Fan Faktor ist ja hier können wir gleich Überladung an voll machen so der Lauf Segel ist denn er ist fertig und ich bin auch fertig das soll es dann auch schon freilig sein ich sage mal schön Dank fürs reinschauen vor allem